Das Menschen ermordet. In dem Hall stecken. Das war eine Hinrichtung. Bestie von Baby. Guten Morgen, everybody! Alright, wir sind da. Es geht los. 24 Stunden Challenge. Der ganze Nacht in einem Spukhaus. Spielregel Nummer eins. Kein Internet, solange wir hier sind. Die zweite ist, wir achten diesen Ort. Was war das? Scheiße, ich hab mich verlaufen. Hallo? Fuck. Oh mein Gott. Ich hab die Frau da drin gesehen. 10.906. Geh einfach, hol raus! Amrietta! Ich will hier nur noch weg. Der steht hinter mir. Das ist ja kein Film mehr. Das ist die Scheiße.